Morgen Abend bei RTL. Um 20.15 Uhr die Nacht, die Sie uns besuchen. Was ist das? Was ist wirklich passiert? Sie wollen eine Kombination aus Ihrer Intelligenz und unserem Gefühl. Direkt danach, Erich von Däniken Special, Außerirdische. Kommen Sie zurück. Und im Anschluss Miami Vice. Ufo-Legie, Deutschland Premiere für die unheimliche Ufo-Folge. Und er darfst keinen Fall mit dir nach den kleinen grünen Mädchen suchen. Die vierte Dimension bei RTL. Nehmen Sie Kontakt auf. Morgen Abend. Nach einer warmen Geschichte, die die Welt bewegte, erleben Sie einen Film über ein Schicksal. Einen Film, der nachdenklich macht. Olivia, ein Kinderschicksal bewegt die Welt. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL.